Willkommen zu dieser Yogastunde. Setz dich mit gekreuzten Beinen auf deine Yogamatte, zieh die Gesäßmuskeln ein bisschen zur Seite, sodass du mit den Sitzknochen eine gute Verbindung zum Boden hast. Wenn das nicht bequem ist, dann kannst du auch gerne auf einem Kissen oder einem Block sitzen. Lege deine Hände auf deine Knien ab und komm zu deiner Atmung. Atme durch die Nase ein, tief in den Bauch, lass die Rippen sich nach außen dehnen, die Brust sich heben, beim Einatmen und beim Ausatmen. Beobachte, wie die Brust sich wieder senkt, die Rippen zusammenkommen und der Bauch wieder flach wird. Finde eine Intention für diese Yogastunde. Vielleicht, dass du gerne wieder im Hier und Jetzt sein möchtest. Dass du gerne loslassen möchtest, was dich belastet. Dass du ein offenes Herz, ein frohes Herz haben möchtest. Was auch immer für dich die richtige Intention ist. Bringe deine Hände zusammen, Vorderbrust, Daumen berühren, das Brustbein. Atme tief ein durch die Nase und aus und dann bring deine Füße ein bisschen unter den Popol, sodass du über deine Knie auf Hände und Knie rollen kannst und dich dann auf deine Fersen setzen kannst. Die Arme nach vorne ausgestreckt lässt oder auch die Hände als Polster für deinen Kopf verwendest, falls es nicht angenehm ist, die Stirn auf der Matte zum Liegen kommen zu lassen. Beim nächsten Einatmen roll dich wieder hoch, komm in die Bankstellung, die Schultern über den Handgelenken, die Hüfte über den Knie. Atme aus, roh nach dem Rücken rund und komm wieder auf die Fersen zurück. Atme ein, lass den Bauch nach unten sinken, atme aus, mach den Rücken schön rund und sinke wieder hinten auf die Fersen. Atme ein, komm nach vorne, Brust nach vorne, atme aus, runde Rücken. Und roll dich da so nach hinten auf die Fersen. Und nochmal, atme ein, Brust nach vorne, Bauch sinkt nach unten, Steißbein zeigt nach hinten, atme aus, mach den Rücken rund, Kopf sinkt nach unten, Hüften auf die Fersen. Beim nächsten Einatmen kommen wir in die Bankstellung und stell die Zehenspitzen auf und dann heb deine Hüften hoch in den herabschauenden Hund. Wenn die Fersen im Boden nicht berühren, kein Problem, es geht hier mehr um den geraden Rücken. Bring die Hände so weit auseinander, wie deine Matte breit ist und ebenso deine Füße. Und dann beug abwechselnd das linke und das rechte Knie, damit sich deine hinteren Oberschenkelmuskeln und Wadenmuskeln langsam dehnen können. Und deine Brust ein bisschen mehr Richtung Boden sinken kann, während sich die Schultern öffnen. Steige nun mit den Füßen näher zusammen, sodass sie lüftbreit auseinander sind und bringe deine Hände schulterbreit auseinander. Komm nach vorne in die Liegestützposition, Knie zu Boden und dann lass den Körper ganz auf den Boden sinken. Füße entspannt und verschränke deine Hände hinterm Rücken, atme ein, komme hoch. Mit der Kraft des Rückens und der Gesäßmuskulatur bringe nun auch die Beine in die Höhe, Fußspitzen zeigen weg vom Körper. Fußspitzen können auch schön zusammenkommen, wenn du möchtest. Und dann atme aus, entspanne deine Hände entlang des Körpers, entspanne deine Füße und die Beine auf den Boden, linkes Ohr auf die Yoga-Matte. Atme ein paar Mal tief in den Bauch ein und aus und dann verschränke deine Hände wieder hinterm Rücken. Vom nächsten Mal einatmen, kommst du hoch und bringst auch die Beine in die Höhe. Die Zehenspitzen berühren sich, die großen Zehen und du wippst möglicherweise ein bisschen nach vorne und hinten, massierst dich auf den Bauch, das ist okay. Und entspannen, leg das rechte Ohr und Boden ab, ebenso Arme und Beine. Und dann bring beim nächsten Einatmen die Hände und die Schultern drück dich hoch in eine kleine Cobra. Schultern sind weg von den Ohren, du nutzt die Rückenmuskeln. Stell die Fußspitzen auf, komm in einen herabschauenden Hund, füße möglicherweise ein bisschen näher an die Hände heran und dann steig mit dem rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, linkes Knie kommt aus dem Boden. Hüften parallel nach vorne, linker Fuß flach, atme ein, Arme hoch, atme aus, trete dich nach rechts, rechter Arm nach hinten, linker Arm nach vorne. Atme ein, Arme hoch, ausatmen, linker Arm nach links, rechter Arm nach vorne, atme ein und Hände wieder zu Boden, steig zurück im Liegestütz, Knie gerade oder auf dem Boden, atme ein, Cobra, ausatmen, herabschauender Hund, schöner, gerader Rücken. Bring die Füße dorthin, wo du sie gerne haben möchtest, die Fersen sind jetzt vielleicht schon ein bisschen näher am Boden dran. Drück vor allem den Daumen, den Zeigefinger in die Yogamatte und dann atme ein und stell das linke Bein zwischen deine Hände. Hüften wieder parallel nach vorne, rechtes Knie am Boden, atme ein, Arme hoch, atme aus, trete dich nach links, linker Arm nach hinten, rechter nach vorne, atme ein, Arme hoch, atme aus, Hände zu Boden, steig nach hinten, Liegestütz, Position, Knie gerade oder auf dem Boden. Komm nach unten, nach oben beim Einatmen, Cobra, ausatmen, herabschauender Hund, möglicherweise sind die Fersen jetzt näher am Boden, entspann dann den Kopf, lass die Brust zwischen die Schultern Richtung Boden sinken. Und dann komm auf die Zehenspitzen, beug deine Knie und lass die Knie wieder gerade werden und die Fersen zu Boden sinken. Atme ein, rechtes Bein hoch, ausatmen, steig nach vorne, langer, großer Ausfallschritt, linkes Knie zu Boden, einatmen, Arme hoch, ausatmen, Hände zusammen, Vorderbrust, trete dich nach rechts, linker Ellbogen auf dem rechten Knie, wenn du magst, kannst du das rechte Ärmchen nach oben strecken oder die Hände hinter dir verschränken. Das Knie kann auf dem Boden bleiben oder du hebst es hoch. Beim nächsten Einatmen löst du die Stellung, ausatmen, kommst nach vorne, steigst zurück, Liegestütz. Und ausatmen, kommst nach unten, einatmen, heraufschauender Hund oder Cobra, ausatmen, herabschauender Hund, Brust sinkt Richtung Boden, Richtung Füße, Kopf ist entspannt. Jetzt die Hüften ein bisschen nach links und rechts bewegen und dann einatmen, linker Fuß steigt zwischen die Hände. Rechte, rechtes Knie zu Boden, atme ein, Arme hoch, rechter Fuß ist flach, atme aus, legst nach links, rechter Ellbogen auf der Außenseite des linken Knies. Bleib da oder lass die Arme sich ausbreiten oder hinter dem Rücken verschränken. Knie kann am Boden bleiben oder auch hochkommen. Ausatmen, wir kommen wieder zurück, nach vorne, Hände auf den Boden, steig nach hinten, Liegestütz. Ausatmen, zu Boden, einatmen, Huffer oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Entspann deinen Kopf, entspann deine Zähne, dein Kiefer meine ich. Also dass du Platz hast zwischen den oberen und unteren Zähnen. Und dann steige oder springe nach vorne zwischen deine Hände. Und verweile einen Moment, bevor du dich beim nächsten Einatmen aufrichtest, Arme über den Kopf nach oben schaust, Hände zusammen vor der Brust beim Ausatmen. Einen Moment, hier bleibst. Dann die Arme entspannt an den Seitenlässt, für Tadasana, die Bergpose. Leg nach vorne. Atme ein, Arme hoch. Ausatmen, verbeug dich von den Hüften nach unten. Atme ein, richte den Rücken gerade, dick nach vorne. Atme aus, steige nach hinten in die Liegestützposition, knie gerade oder auf den Boden. Und komme nach unten, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund oder Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Bring nun deine linke Hand auf deine rechte Ferse, knöchel oder aufs Schienbein, wo auch immer du zum Greifen kommst. Spiel die Dehnung und die Drehung. Bring die Hand wieder nach vorne, wechsle die Seiten, rechte Hand, aufs Schienbein, Wade, Knöchel, wo auch immer. Kopf bleibt entspannt. Bring die Hand wieder nach vorne. Komm beim nächsten Einatmen mit den Füßen zwischen die Hände. Und lass die Knie gebeugt, so weit, dass die Fingerspitzen immer noch den Boden berühren können. Für die Stuhlpose Utkatasana. Atme ein, Arme hoch. Atme aus, rechter Arm schwingt nach hinten, Blick nach rechts. Atme ein, Arme hoch. Atme aus, linker Arm schwingt nach links, hinten Blick nach links. Knie weiterhin schön gebeugt, Arme hoch. Bring die Hände zusammen vor der Brust. Atme aus, dreh dich nach rechts, linke Ellbogen auf dem rechten Knie. Wenn sich die Arme nun öffnen oder weiter zusammenbleiben. Und dann bring die Arme wieder nach vorne. Hoch beim Einatmen, Knie weiterhin gebeugt. Ja, es brennt auch bei mir. Atme aus, dreh dich nach links, rechter Ellbogen am linken Knie. Blick zum Boden oder nach oben. Arme bleiben entweder zusammen oder auch gestreckt. Und atme ein, Arme hoch, Beine gestreckt. Atme aus. Lass dich nach vorne sinken von den Hüften aus. Utthanasana. Standing forward forward, auf Englisch. Atme ein, mach den Hüten gerade. Arme kommen vielleicht den Boden weg. Atme aus, steig nach hinten, Liegestütz. Komm zu Boden. Atme ein, heraufschauender Hund. Ausatmen, heraufschauender Hund. Atme ein, linkes Bein hoch und stell es wieder zurück. Einatmen, rechtes Bein hoch. Und steige zwischen deine Hände für den Krieger 2. Linker Fuß parallel zum hinteren Ende der Matte. Rechter Fuß zeigt nach vorne. Rechtes Knie, 90 Grad Winkel. Füften offen zur Seite. Arme parallel zum Boden. Blick nach vorne. Atme ein, bringe nun den linken Arm aufs linke Bein. Rechter Arm über den Kopf. Du spürst eine Dehnung der rechten Seite. Also tanzen die Krieger. Beim nächsten Ausatmen, bringe den rechten Arm auf die Innenseite des rechten Beines. Linker Arm nach oben. Komme wieder hoch. Strecke das rechte Knie. Linker Arm am linken Bein entlang. Rechter Arm über den Kopf. Und beim Ausatmen, lass den rechten Arm nach vorne ziehen und dann zu Boden kommen. So weit wie es geht, während du den Rücken gerade hältst. Linker Arm hinter den Rücken. Versuche den Oberschenkel zu greifen. Beuge das rechte Knie. Blick nach oben. Die Hände können auch hinter dem Rücken verschränkt werden, wenn du möchtest. Atme ein und aus. Steige zurück. Liegestütz kommen zu Boden. Einatmen. Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen. Herabschauender Hund. Einatmen. Rechtes Bein hoch. Stell es wieder zurück. Einatmen. Linkes Bein hoch. Steige zwischen deine Hände. Krieger 2 auf der anderen Seite. Rechter Fuß parallel zur Rückseite der Matte. Linker Fuß nach vorne. Arme parallel zu Boden. Hüften offen zur Seite. Blick nach vorne. Atme ein. Rechter Arm am rechten Bein. Linker Arm über dem Kopf nach hinten. Dehnung der linken Seite. Atme aus. Linker Ellbogen. Linkes Knie. und linken Fingerspitzen zu Boden. Rechter Arm nach oben. Blick nach oben. Nun greife mit dem rechten Arm hinter deinem Rücken auf den linken Oberschenkel. Verweile entweder so oder verschränke die Hände hinterm Rücken. Atme ein. Zurück. Krieger 2. Strecke das linke Knie. Und lass den rechten Arm am rechten Bein entlang gleiten. Linker Arm über den Kopf. Atme aus. Linker Arm zählt nach vorne. Und komm dann Richtung linker Knöchel. Rechter Arm in einer Linie nach oben. Für das Dreieck. Hüften sind immer noch offen zur Seite. Beug das linke Knie. Linke Hand auf den Boden. Rechter Arm kommt nun über den Kopf nach vorne. Atme ein. Komm wieder in den Krieger 2. Atme aus. Steige nach hinten. Liegestütz. Und lass uns nun ganz kurz im Liegestütz bleiben. Schultern über den Handgelenken. Eine gerade Linie von den Schultern bis zu den Fersen. Bauch ist eingezogen. Wir bleiben hier. Für 3, 2, 1. Knie gebeugt. Komm nach unten auf den Boden. Atme ein. Kobra oder heraufschauender Hund. Atme aus. Steige in den herabschauenden Hund. Füße. Hüftbreit auseinander. Atme ein. Rechtes Bein hoch. Steige nach vorne. Zwischen deine Hände. Linkes Knie kommt zu Boden. Atme ein. Arme hoch über den Kopf. Hände nahm auf das rechte Knie. Finger verschränkt. Und lass die Hüften nach unten sinken. Wenn du magst, kannst du nun deinen linken Fuß greifen mit der linken Hand. Um die Dehnung zu verstärken. Für eine Balanceübung greifst du das Füßlein mit beiden Händen. Blick nach vorne. Weicher Blick. Und dann komm wieder nach unten den Fuß. Hände zu Boden. Steige nach hinten. Liegestütz. Komm nach unten. Atme ein. Kobra. Atme aus. Herabschauender Hund. Und linkes Bein kommt hoch. Steige zwischen die Hände. Rechtes Knie kommt zu Boden. Wenn du magst, greif noch mit der rechten Hand nach dem rechten Fuß. Für Balance. Auch noch mit der linken Hand. Lass die Hüften immer weiter Richtung Boden sinken. Spür auch die Dehnung der Brust, wenn du deinen Fuß halten solltest. Lass los. Hände zu Boden. Steige nach hinten. Liegestütz. Atme aus. Komm zu Boden. Atme ein. Herabschauender Hund oder Kobra. Atme aus. Herabschauender Hund. Und beim nächsten Einatmen. Steige mit einem Fuß nach vorne. Und überkreuze die Zweiten hinter dir. Und komme zum Sitzen. Und dann roll dich nach hinten ab. Hab die Beine aufgestellt. So dass die Füße genauso weit von deinen Armen, wenn die ausgestreckt sind, entfernt sind, dass du mit den Fingerspitzen gerade noch die Fersen berühren kannst. Beim nächsten Einatmen. Presse deine Hüften nach oben. Drück deine Füße in den Boden. Deine Schultern, arme Hände. Nur der Kopf bleibt entspannen. Versuche nicht nach links oder rechts zu schauen, während du diese Übung machst. Atme aus. Hüften kommen wieder zum Boden. Jetzt wusste ich gerade nicht, was ich wohl machen wollte. Aber bleib einfach liegen. Strecke deine Füße zum Himmelbein. So gerade wie möglich. Und dann bring die Hände verschränkt hinter den Kopf. Deine Beine bleiben entweder gerade. Oder du beugst die Knie. Hast den 90-Grad-Winkel in den Knien. Und dann beim Einatmen. Einatmen, linkes Knie, rechter Ellbogen. Rechtes Knie, linker Ellbogen. Wechsle ab. Ausatmen, einatmen, ausatmen, Seite wechseln. Kannst du es nun auch mit gestreckten Beinen machen? Linkes Bein, rechtes Bein, linker Ellbogen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, super. Siebenmal, brennt bei mir auf. Acht, neun, zehn, elf, paar Mal noch. Zwölf, dreizehn, vierzehn und fertig. Knie zusammen, Kopf zu Boden. Jetzt atme noch einmal ein. Streck die Arme hoch, die Beine hoch. Und dann komm auf den Boden. Verschränk deine Arme hinter den Knien. Umarm dich mal ganz fest. Das entspannt den unteren Rücken. Das wird einfach wahnsinnig gut. Und dann bring die Füße zu Boden. Lass die Knie gebeugt und auseinanderfallen. Das dehnt die inneren Oberschenkelmuskeln. Und dann lass deine Hände auf den Bauch liegen. Und spüre ein bisschen, wie dein Bauch sich bewegt, während du ein- und ausatmest. Einatmen senkt, erhebt sich der Bauch. Beim Ausatmen senkt er sich. Dann bring mit der Hilfe deiner Hände deine Knie zusammen und deinen rechten Knöchel auf dein linkes Knie. Verschränke die Finger hinter dem linken Knie und ziehe das linke Bein sanft Richtung Gesicht. Du kannst mit deinem rechten Ellbogen ein bisschen aufs rechte Bein drücken, um die Dehnung in der rechten Hüfte zu verstärken. Der Kopf sollte entspannt am Boden liegen bleiben. Wenn du den linken Fuß anziehst, das heißt mit dem Zehen Richtung Gesicht zeigst, wird die Dehnung stärker. Lass nun los und bring das ganze rechte Bein übers linke. Dann lass die Knie nach links sinken. Die Arme sind in Kaktusstellung, bei den Ellbogen gebeugt oder einfach gerade zur Seite gestreckt. Der Blick ist nach rechts gewendet. Deine Schultern sollten entspannt auf dem Boden liegen. Beim nächsten Einatmen bring die Knie wieder hoch, löse die Beine und bring nun den linken Knöchel auf das rechte Knie und verschränke deine Finger hinter dem rechten Knie. Zieh das rechte Bein zu dir heran. Linker Ellbogen kann ein wenig aufs rechte, ich meine aufs linke Bein drücken. Der Kopf bleibt entspannt auf dem Boden liegen. Rechte Fußspitzen können gerne angezogen sein, um die Dehnung zu verstärken. Die Hüften liegen schwer auf dem Boden, ganz entspannt. Bauch ist ganz entspannt. Schultern sind ganz entspannt. Nur deine Hände. Zieh dein rechtes Bein näher an dich heran. Lass das Bein nun aus und lass dir nach rechts linke Bein über das rechte drüber gleiten. Bring die Arme in Kaktushaltung und lass die Knie nach rechts sinken. Dein Blick wendet sich nach links. Die Schultern bleiben beide entspannt auf dem Boden liegen. Die Übung ist nicht nur eine gute Dehnung der Seiten, sondern auch eine Drehung. Dadurch werden die Organe stimuliert und eine Entgiftung aktiviert. Bring dir beim nächsten Einatmen die Beine nun wieder in die Mitte und stelle die Füße nochmal so auf, wie wir es schon zuvor gemacht haben bei der Brücke. Genau so, dass die Hüftbar auseinander sind und du die Hüften beim Einatmen hochdrücken kannst. Bringe diesmal die Arme unter den Körper und habe entweder die Ellbogen gebeugt, sodass deine Hände die Hüften hochdrücken können oder lass die Arme gestreckt und die Hände, wenn möglich, verschränkt. Beim Ausatmen komme ich wieder zu Boden. Lass deine Schultern unterm Rücken herausgleiten, sodass du dich entspannen kannst. Nun, die Knie fallen zusammen. Wir werden diese Übung jetzt nochmal wiederholen. Entweder machst du das Gleiche wie zuvor oder du machst mit mir die ganze Brücke. Dafür kommst du die Hände links und rechts von den Ohren, die Füße stellst du auf und dann drückst du dich halb hoch, sodass du da auf den Kopf zu ruhen kommst. Nun kannst du die Unterarme auf den Boden legen und dich hochdrücken und der Kopf hängt so frei. Und dann stellst du dir die Hände auf den Boden und drückst dich, äh, drückst die Arme durch für die ganze Brücke. Stehst also auf Händen und Füßen, dehnst deine gesamte Vorderseite, öffnest deine Brust, drück in die Füße, so öffnest du die Brust noch näher. Atme tief ein, atme tief aus und dann lass dich wieder zu Boden sinken, auf den Rücken, Füße entspannen, Knie anziehen und sich nochmal fest umarmen, von links nach rechts rollen, dabei den Rücken massieren, die Wirbelsäule massieren und dann streck das linke Bein aus und lass das rechte Bein angezogen, angewinkelt. Nun strecke auch das rechte Bein, aber lass es nach oben gestreckt und halte es an der Wade am Knäuchel, hinter dem Knie, wo auch immer es angewinkelt ist. Zieh das Knie nochmal an und dann lass es los, strecke es aus, lass es zu Boden, äh, zum Lieben kommen und zieh das linke Knie heran, Richtung die linke Schulter. Streck das linke Bein nun Richtung Himmel und halte es an der Wade, am Knäuchel, hinterm Knie fest, wo auch immer es für dich angenehm ist, weil du mit dem Kopf und den Schultern entspannt liegen bleibst. Hänge ich nun in Position für die letzte Übung dieser Reihe und zwar so, dass du aus der gesamten Matte zu liegen kommst. Mit den Beinen ausgestreckt, Füße richten, Ecken deiner Matte, Arme parallel zu deinen Beinen, Handflächen nach oben, Gesicht entspannt, Augen geschlossen, mit etwas Platz zwischen deinem Ober- und Unterkäfer und deiner Zunge, entspannt im Mundraum. Atme durch die Nase ein, aus, tief in den Bauch hinein und wieder aus. Komm mit deiner Aufmerksamkeit und zur Atmung zurück, tief ein und aus. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du bei jedem Ausatmen ein bisschen mehr in deine Matte hineinsinkst, in den Boden hineinschmilzt und sich alle deine Körperteile noch mehr entspannen. Falls irgendwelche Gedanken auftauchen sollten, mach das gar nichts. Sobald du es gemerktst, komm einfach wieder zu deiner Atmung zurück. Bewege nun langsam deine Finger, deine Zehen, bewege deine Gelenke, Kneuchel, Handgelenke, streck die Arme über den Kopf, zieh die Knie noch einmal an, ein letztes Mal, zieh sie an deine Brust heran, rechtes Knie zur rechten Schulter, linkes Knie zur linken Schulter und dann lass dich langsam zur rechten Seite fallen. Wenn du bereit bist, streck das linke Bein aus, das rechte Bein, drück dich mit den Armen hoch und komm zum Sitzen, sei es auf deinen Fersen, sei es mit den Beinen überkreuzt, solange du einen geraden Rücken hast und entspannt sitzt. Bring dir die Hände vor der Brust zusammen, Daumen berühren das Brustbein, Augen sind geschlossen und bring die Daumen zu deiner Stirn, zu klare Gedanken, zu deinem Mund, zu klare, liebevolle Worte, zu deinem Herzen, auf das wir immer vom Herzen aus agieren. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir Yoga zu praktizieren. Wenn es dir gefallen hat, schau bei mir vorbei, da gibt es noch viel mehr davon. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017